Dreie vom Sielacker aus gesehen, dass hier eine neue Straße quasi ist, was viele gar nicht wissen, aber die geht nicht durch. Eigentlich nur für die Baumaller, ich habe hier in letzter Zeit sehr viele Leute gesehen, die mit dem Fahrrad lang gefahren sind. Ich wollte mal gucken gehen. Das ist leider natürlich alles abgeherntet. Da sieht man natürlich nur Felder, die so wach liegen. Eine schöne Ecke, wenn das hier das Hof steht. Und dann kann man nicht freigucken, wenn hier der Mais hoch steht oder der Raps. Ich wollte es nur mal gezeigt haben.